Moin, in diesem Video geht es um einen ersten Blick auf das Thema Künstliche Intelligenz. Was ist das eigentlich und wie wird entschieden, was schon eine KI ist und was nur ein praktisches Programm? Über die Fragen, was ist KI und können Maschinen denken, wird hierbei schon seit Jahrzehnten philosophiert. Einer der ersten, die dazu systematische Gedanken niedergeschrieben haben, war Alan Turing. Schon 1950 überlegte er in diesem Zusammenhang, was eine intelligente Maschine ist und wie eine solche Maschine erkannt werden kann. Seine Überlegung war, wenn Menschen noch erkennen, dass sie sich mit einer Maschine unterhalten, ist diese kein intelligentes eigenständiges Wesen. Erst wenn Menschen hier keinen Unterschied zu Personen mehr erkennen können, redet man von künstlicher Intelligenz. Basierend auf dieser Überlegung entwickelte Turing einen Test zum Erkennen intelligenter Maschinen, den sogenannten Turing-Test. Der funktioniert so. Ein Mensch sitzt an einem Bildschirm mit einer Tastatur. Er unterhält sich gleichzeitig über den PC mit zwei ihm unbekannten Gesprächspartnern, von denen einer ein Mensch ist und der andere ein Computer. Nach einiger Zeit, im Originaltest fünf Minuten, wird gefragt, ob der Gesprächspartner ein Mensch oder ein Computer war. Kann die Testperson diese Frage in 30 Prozent der Fälle nicht abschließend korrekt beantworten, hat der Computer den Turing-Test bestanden. Heutzutage bildet dieser Test immer noch die Grundlage, um zu evaluieren, ob eine allgemeine künstliche Intelligenz vorliegt. Da heute anders als 1950 aber mehr als Textein- und Ausgaben am Computer möglich sind, umfassen aktuellere Versionen des Tests eine heterogene Anzahl verschiedenster Aufgabenarten in den auditiven, visuellen und textuellen Leistungen einer KI. Somit stellt sich die Frage, ist ein System wie Alexa eine künstliche Intelligenz nach Turing? Die meisten werden an dieser Stelle wohl sagen, dass ihnen klar ist, dass bei Alexa nicht mit einem Menschen, sondern mit einem Computer reden. Und somit kann Alexa keine künstliche Intelligenz darstellen. Das bildet dann auch das Grundproblem ab. Noch kein System konnte aktuell den Turing-Test bestehen. Es gab vor ein paar Jahren einmal ein System, von dem es angenommen wurde, dann stellte sich aber heraus, dass bei dem Test betrogen wurde und somit der Turing-Test noch nicht bestanden wurde. Wie kommt es dann, dass so viele Systeme über künstliche Intelligenz verfügen sollen, obwohl es sich nachweislich um keine KI nach Turing handelt? Die von Turing beschriebene künstliche Intelligenz wird auch als allgemeine oder starke künstliche Intelligenz bezeichnet, die in der Funktionsweise der eines Menschen ähnlich ist. Dem gegenüber stehen Systeme, die sich in einem Anwendungsbereich, zum Beispiel dem Erzeugen von Texten oder dem Spielen von Schach, der Wahrnehmung nach intelligent verhalten. Solche Systeme werden auch schwache künstliche Intelligenz genannt. Anders als die starke künstliche Intelligenz gibt es hier keine eindeutige Beschreibung. Stattdessen haben im Laufe der Zeit verschiedene Wissenschaftler und Institutionen eine Definition des Begriffs geliefert. So heißt es zum Beispiel in der Enzyklopädie Britannica, KI ist die Fähigkeit digitaler Computer oder computergestützter Roboter, Aufgaben zu lösen, die normalerweise mit höheren intellektuellen Verarbeitungsfähigkeiten von Menschen in Verbindung gebracht werden. Diese Definition ist auf den ersten Blick nicht schlecht, hat aber ein Problem. Unter höherer intellektueller Verarbeitungsfähigkeit wird beim Menschen auch die Fähigkeit verstanden, lange Texte auswendig zu lernen. Wird diese Fähigkeit auf den Computer übertragen, so handelt es sich dort aber nur um Abspeichern und Ausgeben eines Textes, was ja nichts mit einer künstlichen Intelligenz zu tun hat, sondern zur Grundfunktionalität eines jeden Systems gehört. Eine pragmatische und damit gut nutzbare Definition hat die Informatikerin und Forscherin Elaine Rich 1983 gefunden. Forschung an künstlicher Intelligenz ist der Versuch, Computer dazu zu bringen, Dinge zu tun, die Menschen bisher noch besser können. Natürlich gibt es noch eine ganze Reihe anderer Definitionen von künstlicher Intelligenz. Hierzu kommt, dass es auch Bestrebungen gibt, eine einheitliche Definition festzulegen. Somit zeigt die Definition von Elaine Rich nur eine Möglichkeit auf, wie der Begriff der künstlichen Intelligenz zu verstehen ist. Die Diskussion darüber ist jedenfalls noch nicht abgeschlossen. Mit der Definition von Elaine Rich können wir uns jetzt Alexa nochmal ansehen. Damit Alexa als schwache KI gilt, muss der Dienst etwas schaffen, in dem Menschen eigentlich besser sind. Im ersten Moment könnte die Idee aufkommen, dass Alexa keine schwache KI ist, da sie es manchmal nicht schafft, Anweisungen richtig zu verstehen, die ein normaler Mensch klar umgesetzt hätte. Aber die Spracherkennung von Alexa versteht nicht nur einen Menschen, sondern potenziell jeden Menschen, dessen Sprache unterstützt wird. Dies gilt auch für verschiedene Dialekte. Damit ist Alexa deutlich besser im Verstehen und reagieren auf verschiedene Sprachen als jeder einzelne Mensch auf der Welt, da kein Mensch so viele Sprachen versteht wie Alexa. Also können Smart Speaker wie Alexa als schwache künstliche Intelligenz angesehen werden. Viele KIs basieren auf neuronalen Netzen. Wie diese aufgebaut sind, ist Thema des nächsten Videos dieser Reihe. Vielen Dank für Ihr Interesse an dieser kurzen Einführung in den Themenbereich künstliche Intelligenz. Weitere Angebote zu dem Thema finden Sie auf der Seite des IQSH. Bei weiteren Fragen zum Thema künstliche Intelligenz schreiben Sie auch 하 Künstliche Intelligenz Vielen Dank.